Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf, absolut vertretbar. Der Torhüter dirigiert... Da kommt der Versuch! Der Torhüter dirigiert... Da kommt der Versuch! Der Torhüter dirigiert... Da kommt der Versuch! Und den macht der klasse! Super Freistoß! Jetzt liegen sie deutlich zurück. Aber kann man dem Torwart alleine die Schuld geben, Buschi?